Okay, ich bin jetzt gerade durch die Sicherheitskontrolle durch. Mein Rasierschrauben hat daran glauben müssen und eine Flasche Wasser. Aufgrund der Übung, die die heute durchführen, wird jeder halt genau kontrolliert. Und die denken wahrscheinlich, jeder wäre ein Test, den sie bestehen müssen oder so. Und deswegen machen sie das besonders toll. Ja, also der Flug, 7.45 Uhr, Boarding Gate S, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann mal schauen, wo S ist. Ja. 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 Ja.